Soll ich jetzt da rüberfliegen oder was? Ehrlich? Ich seh hier sonst nichts. Okay. Das klappt doch niemals. Hä? Huh? Äh, hä? Versteh ich nicht. Hm. Ah gut, ich bin wieder hier oben. Oh Gott sei Dank. Ähm. Ja, wie soll ich denn da rüberkommen? Kannst du mir das mal verraten? Nicht? Äh. Cinder? Kommst du mal her? Ähm. Äh. Ja? Äh. Ne, die Qualle, die schwirrt ja nur da unten rum. Wo muss ich denn jetzt hin? Hallo? Muss ich das verstehen? Hm. Äh. Lenden scheinen noch mehr Plattformen zu sein, aber... Äh. Okay. Gehst du nicht kaputt oder so? So, Kladusch? Machst du nicht Kladusch? Uah. Ne, ich mach Kladusch. Versteh ich nicht. Wo soll ich denn von hier aus bitte hin? Kann ich irgendwie auf dich drauf? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Ich weiß echt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Hallo? Sag mal, Sinda. Hä? Was ist los? Wie soll ich zu dir kommen? Ich komm ja nicht mal ansatzweise an sie ran. Oh, muss ich da rüber? Ich... Das probier ich jetzt mal. Wenn ich nicht runterfalle. Na, geh runter. Hm. Ich sollte vorsichtiger sein. Ja, ja. Dann fliege ich jetzt einfach hier runter. Ich glaube, es ist sogar richtig. Mami? So, warte. Warte! Och. Ich wollte auf ihn drauf springen. Okay, ich glaube, ich muss wirklich hier runter. Also nicht da. Pass auf, Welt. Nee, Sinda. Nicht Welt. Naja, flieg du mal vorbei. Flieg ich jetzt so da runter? Weißt du, dann war ich schon so weit oben, um wieder runter zu fliegen, oder was? Nee, das ist doch alles nicht richtig, oder? Ich bin verwirrt, hm? Nee, hier war ich ja schon. Das ist jetzt komisch hier. Ne, Dicker? Das ist komisch, sagst du, ne? Ähm, hä? Vielleicht muss ich auf die dicke Qualle. Die dicke Qualle. Vielleicht bringt die mich dann hoch zu Cinder. Hier brauchst du gar nicht so zu quaken. Oh, oh. So. Oh, so. Du bist ganz schön glibberig. Jetzt sind wir zumindest in der Nähe von Cinder. Wäre schön gewesen. Da hinten ist noch so eine Qualle. Oh, jetzt komm ich rüber. Jetzt komm ich rüber. Jetzt komm ich rüber. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Oh nein. Nein. Wir kommen zu spät. Du bist wirklich ziemlich nervig. Hier ist das absolute Ende. Komm schon. Es gibt keine Gnade. Ich kann gar nicht zusehen. Ich auch nicht. Hi. Na? Diesmal. Aua. Oh, jetzt spuckt die auch. Wow, 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 wow. Jetzt spuckt die auch noch Feuer. Nicht mit mir, dicke. So dick ist die gar nicht, aber. Ich wollte jetzt keinen schlimmeren Ausdruck verwenden. Nee, 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 nee. Das kannst du knicken. Hör auf damit. Aua, 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 aua. Na. Okay. Ich geh mal, ich geh mal, ich geh mal. Warte, 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 warte. Lauf! Junge. Oh. Lass mich bitte kurz was einsammeln, ja? Bitte, 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 bitte. Oh Gott. Oh Mann, 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 oh Mann. Sinder! Warte, du bist so toll. Ich mag dich, Sinder. Habe Erbammen. Ich bin runtergefallen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh Gott. Das fängt jetzt gerade nicht so schön an für mich. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich habe wirklich Angst vor diesem Vibe. Na, äh, lauf mal. Uh, ist die schnell. Boah. Ui. Nein, 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 nein. Ich, äh, tschüss. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Da ist mein Schätzchen. Ich gehe noch mal. Ui, 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 ui. Ah, hau schon zu. Nein. Ja, von wegen. Das ist echt nicht einfach hier. Aua, aua. Stößt mich nicht. Das ist wieder so gerannt. Ich kann kaum noch sprechen. Ich benutze jetzt einfach mal die gleiche Taktik wie gerade. Mal sehen, wie das funktioniert. Na? Ui, 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 ui. Die schreit aber ganz schön. Die schreit aber ganz schön. Oh nein. Das ist echt nicht einfach. Bist du denn doof? Hast du sie noch alles in da? Geht's dir noch ganz sauber? Hast du Rattengift gegessen? Na, kann ich auch. Ich möchte aber auch so schön mit, mit Feuer spucken können. Du kannst das viel besser als ich, habe ich das Gefühl. Aua. Ich brauche eine andere Sicht. Genau. So. Ui, ui, ui. Das hat weh. Aber ich krieg dich. Du brauchst mich gar nicht so angucken. Ui, ui, ui. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Hi. Ich hab dich gleich. Ich hab dich gleich. Zumindest die erste Leiste. Oh ja, oh ja. Oh Gott. Okay. Eine Leiste weg. Das ist schon mal gut. Einfach mal. Du musst Sicherheitsgründen abhauen. Was ist denn mit dir los? Darf ich auch fliegen? Das wäre schön. Oh Gott. Oh Gott. Das Mädel macht mich fertig. Hallo. Ja, mach einfach mal eine Koppnuss. Ist okay. Was auch sehr schön wäre, ist denn da einfach runterschubsen. Tot. Das ist Wunschdenken. Das macht dich ganz schön Kürre im Kopf, wenn die dich so haut, ne? Shit. Aber ich hoffe, wir bleiben bei der orangenen Leiste. Das ist mir sonst ein bisschen zu schwer. Dankeschön. Okay, sie fliegt wieder los. Nee. Lauf, lauuf. Die fliegt jetzt nämlich ein paar mal rum. Schreit sich die Seele aus dem Hals. Äh. Ich laufe einfach mal entgegen. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Und ich damit nicht. Okay, sind bequitt. Freunde? Aua. Oh, da bleibt er immer stehen und muss sich erstmal schütteln. Das finde ich eher ungeil. Und eigentlich extrem ungeil. Aua. Grün steht dir. Oh, sie fliegt wieder los. Wo fliege ich denn hin? So, Kristalle. Hoffentlich trifft sie mich hier nicht. Ja, genau. Ja, genau. So. Hätten wir das auch mal erledigt. Oh, ich könnte meinen super-duper-mega-tollen eigentlich was machen. Schubst mich nicht runter. Nein, 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 nein. Hi. Okay, guck mal. Ja, komm noch ein bisschen näher. Finde ich gut. Zieht dir das was ab? Hallo? Zieht dir das vielleicht mal was ab? Dummes Kind, ey. Und die steht auch so nah am Rand. Das gefällt mir nicht, wenn ich da runterfalle, ne? Aua, aua, aua. Wenn ich getroffen werde, ne? So, nächste Leiste. Mach die nächste Leiste runter. Mach sie runter, 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 runter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ne? Nächste Leiste. Das wäre super gewesen. Fuck. Das war scheiße, war das, ey. Na, na, na. Einfach dran vorbeilaufen. Zinder? Da ist sie nochmal. Hi. Bist du wieder lieb? Sind wir Freunde? Nein, wir sind noch keine Freunde. Nein, wir sind immer. No!